Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf das News-Interview mit Sarah Wagenknecht. Wenn Sie denn regieren würden, was wären die ersten drei Sachen, die Sie abschaffen würden? Abschaffen? Normalerweise wird man gefragt, was man positiv einführt. Ja, wie sind wir so vieles produktiv? Naja gut, abschaffen kann manchmal auch produktiv sein. Also das Heizungsgesetz natürlich, auch das Verbrennerverbot, sofort würde ich kippen. Natürlich weiß ich, muss man auch auf europäischer Ebene, aber Deutschland ist nicht so machtlos, wie die Bundesregierung tut. Was würde ich noch abschaffen? Also auf jeden Fall würde ich bei der Bildung was verändern, aber eigentlich ist das keine Abschaffung. Also ja doch, das Smartphone in der Grundschule würde ich abschaffen. Ich finde, Junge. Ja, okay, ich hätte jetzt einen Verfassungsschutz genannt. Also das ist ja eine uralte Forderung der Linkspartei, die das BSW meiner Meinung nach übernehmen sollte. Und das wäre doch eine Behörde, die man ersatzlos abschaffen. Aber ja, Smartphone in der Grundschule ist jetzt sicherlich auch ein Problem, aber ich glaube nicht so akut wie der Verfassungsschutz. Also gerade Kinder, da muss man aufpassen, dass die digitalen Medien da nicht wirklich zu früh zuschlagen. Und ich würde dann vor allem auch Medienkompetenz, digitale Medienkompetenz vermitteln. Das ist ein spannendes Thema. Das würde ein eigenes Video rechtfertigen. Wir hatten jetzt gedacht, vielleicht Waffenlieferungen an die Ukraine oder sowas. Ja gut, das ist ja nicht abschaffen, sondern das hieße einfach, ich finde dringend notwendig, dass man Russland das Angebot macht, sofort keine Waffen mehr zu liefern, wenn einem Waffenstillstand zugestimmt wird. Und ich halte es für ein unglaubliches Versagen des Westens, dass man das nicht einmal versucht, sondern immer nur das Mantra vor sich hertreibt. Und Putin will ja nicht verhandeln, aber gar nicht mal austestet, ob das wirklich so ist. Zur Ukraine kommen wir noch. Jetzt werden Sie auch ganz gerne von Kommentatoren in das populistische Lager eingesortiert. Sehen Sie sich als Populistin, wenn dann links oder rechts? Das sind halt diese Schubladen. Also die Frage ist ja auch, was ist ein Populist? Also ich habe immer das Gefühl, dass Politiker, die sehr unpopulär sind, jeden als Populisten bezeichnen, der vielleicht bei den Menschen besser ankommt, weil er auch bessere Angebote hat und auch vielleicht ein bisschen mehr Plan und mehr Kompetenz. Natürlich, wenn man populistisch negativ nimmt, im Sinne von man erzählt den Leuten irgendwie großen Unsinn, man macht unseriöses Zeug, Vorschläge, die gar nicht machbar sind. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir würden in kürzester Zeit in Deutschland alle Probleme lösen, also top Bildungssystem, top Wirtschaftssystem, alle könnten sozusagen super leben. Ja, dann wäre das natürlich ein bisschen billig. Aber viele Dinge könnte man verändern. Es müsste nicht so schlimm aussehen, wie es jetzt aussieht. Unsere Wirtschaft muss nicht absteigen. Wir könnten unsere Industrie im Land halten. Und wenn man den Menschen das in Aussicht stellt und sagt, dann müsste sich aber das und das ändern, dann ist das eigentlich nicht populistisch. Populär ist es allerdings vielleicht, weil Menschen möchten ja doch lieber im Wohlstand leben, als sich von irgendwelchen Politikern alles kaputt machen zu lassen. Eine Definition für Populismus ist, ich habe mal ein Buch darüber geschrieben, deshalb habe ich mich damit beschäftigt, ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem Volk einerseits und andererseits selbstgefälligen und korrupten Eliten und man diesen Gegensatz bedient. Das ist allerdings wahrscheinlich in der Linken wie in der Rechten ganz genauso verbreitet, oder? Na ja, die Frage ist ja, haben wir nicht zum Beispiel in der Politik wirklich viele Politiker, die völlig abgehoben sind, die sich völlig entfremdet haben von dem Leben normaler Menschen, die auch gar nicht mehr wissen, welche Probleme eine Familie hat, wo beide vielleicht sogar arbeiten und trotzdem haben sie Sorge, ob sie ihren Urlaub noch finanzieren können. Also wenn ich sehe, wenn eine grüne Politikerin wie Ricarda Lang gefragt wird, wie ist in Deutschland die Durchschnittsrenten und sie erzählt, dass in 2000 Euro, obwohl es in Wahrheit gerade mal etwas über 1000 Euro sind, dann ist das ein Beispiel einer abgehobenen Politik oder wenn Herr Habeck denkt, jeder könnte... Viel gefährlicher fand ich das, was Ricarda Lang danach erzählt hat. Okay, dass sie jetzt die Rentenhöhe nicht wusste, kann man sie sicherlich für kritisieren, aber ja, viel schlimmer ist nicht, dass sie danach gesagt hat, ja, wir bekommen ja Probleme mit der Finanzierung der gesetzlichen Rente und da müssen wir uns überlegen, wie wir das lösen. Sie hat ja argumentative Grundlage dafür geschaffen, unser Rentensystem entweder an Finanzkonzerne zu verscherbeln in Form der Aktienrente oder das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Also das ist es, worauf wir zusteuern. Erste grünen Mitglieder wie beispielsweise Daniel Bayas, also der Wirtschaftsminister aus Baden-Württemberg, die sprechen sich ganz offen dafür aus, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Also ist es brandgefährlich, was wir da gerade sehen bei der Rentenpolitik und da stellt sich das BSW auch ganz klar dann dagegen. Deswegen, ja, sollten wir gar nicht mal mehr auf irgendeinem Grünen eine Zahl nicht weiß oder von Ländern schwachroniert, die hunderttausende Kilometer entfernt sind, dann mag das vielleicht abgehoben oder auch lustig sein, aber die Führung, die dahintersteht und die Agenda, die dahintersteht, die ist viel gefährlicher. Das heißt, so ein kleiner Lapsus, der ist dann groß in den Medien und alle empören sich, aber die Grünen, die verfolgen eine ganz gefährliche Agenda, eine radikal neoliberale Agenda, die ein großes Finanzkonzern nützt und die unser Rentensystem auf kurz oder lang zerstören wird. Also die Grünen waren es ja auch damals schon, die zusammen mit der SPD die gesetzliche Rente radikal zusammengekürzt haben und diesen Riester-Unsinn eingeführt haben, wo große Versicherungskonzerne sich an unserem Rentensystem bereichern konnten. Also jeder vierte Euro bei der Riester-Rente landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Also wir sehen gerade, wie dieser Prozess jetzt mit der Ampel fast nahtlos weitergeht. Danke an Brian, den Boss und ja, Kexos, dass ihr mich hier abonniert habt. Wenn sie sich mal eben eine Wärmepumpe einbauen und mit einem E-Auto durch die Gegend fahren, dann zeigt das, dass sie einfach gar nicht mehr wissen, wie es Menschen geht, die rechnen müssen, die auch Unsicherheiten haben. Und insoweit ist das, da kann man sagen, da ist die Realität populistisch, weil es gibt diese Abgehobenheit. Es gibt Milieus, die sich abgeschottet haben gegenüber dem normalen, dem Leben von vielen Menschen, weil es ihnen relativ gut geht, weil sie relativ privilegiert sind. Und das muss man schon ansprechen. Nun ist natürlich...